Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu 09 angezockt, das ist ein PS5 Spiel, das ist für die japano Freunde von euch, also von japano spielen, Pentus Hunter, genau, das wird auch wieder sowas mit quatschen sein, hat er wieder so die Schicht erzählt, vielleicht sogar auch schnelle Platin, Ich werde es jetzt schon wieder geschehen, okay. Ich werde es schon wieder machen, nach der Geschichte, Epilog, also 7, 4, Prolog, Kapitel 1, 2, 3, 4 und dann Epilog. Oh Gott, das ist ja teilweise ein ganzer Roman hier, ey. Also viele schwören hier drauf auf so eine Spiele, wenn so eine Entspannung, also ich bin gar nicht so der Freund davon, das war es schon. Guck mal schnell was nach, wie viele Trophäen hat denn das Ding überhaupt, 60 gerade mal. Jeder versteckt mich. Tschüss. I was waiting for you. Du siehst auf die Fotopäse aus. Du siehst kind of cute in a... I was watching a movie. Schreiben wir mal richtig schön rum hier. I'll just... Would you like something to drink? I was watching a movie. Aber was ich jetzt halbe andet, wird ja irgendwas bedeutender haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Are you ready yet? Untertitelung des ZDF, 2020 Are you that tired? Untertitelung des ZDF, 2020 Are you ready yet? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, hey, are you almost done yet? I really want to watch my anime tonight Look, just forget it. Okay, I'm going to get it fixed by someone who knows what they're doing. Okay, I'm going to get it fixed by someone who knows what they're doing. Okay, I'm going to get it fixed by someone who knows what they're doing. Hi, I'm going to get it fixed by someone who knows what they're doing. I'm going to get it fixed by someone who knows what they're doing. I'm going to get it fixed by someone who knows what they're doing. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Gut. Okay. All done. Okay all done. Hey, are you almost done yet? I really want to watch my anime tonight. Look, just forget it. I'm going to get it fixed by someone who knows what they're doing. Bye. Die Unterhose Die Unterhosen sind die, die ich anklicken muss, dass ich hier sammeln kann. Ich habe hier die Trophäen, die mich schon mal angeguckt. Das Standort sammeln Unterhosen. Bec tun 90er, also. Eine von 16 Trophäen, Platin Hatz. 40 Unterhosen. Ab 40 Ende, ach du Scheiße. Ab 50, also 70, ach du Scheiße. Nette ist hier zu machen für Platin denke ich mal. Okay, schnelle Platin, schade. Wir sollten uns da dehnen und irgendwie durchschlagen. Wenn es sterben war und vielleicht kriegen wir es auch mal rum. Ich weiß es nicht. Wenn es auf verschiedene Arten sterben, dann sagen uns die Trophäen schon mal voraus. Das kann ich jetzt irgendwie mit meinem Kabel an meinem Stuhl fest. Ja, also für mich, für Zwischendurch mal. Schöner wäre natürlich, wenn es wenigstens deutsch und Audio hätte. Aber naja, was soll man machen. So ist es. Gibt es halt für PS4, PS5, aber naja. Also das ist nicht für jeden was. So eine Spiele haben halt ihre Liebe, aber jedem das seide. Aber für mich ist es jetzt nischt. Will ich jetzt sagen. So. Diesmal so trotzdem machen wir jetzt den Schluss. Die Koffer hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen. Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sind dann beim nächsten Mal wieder da. Bis dahin. Ahoi. Bis dann, euer Odin.